Ja moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Bros. Wonders. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Mario Bros. Wonders. Ja, beim letzten Mal haben wir hier einige Gefahren in den Magmatiefen bestanden. Sind durch Magma selbst geschwommen tatsächlich. Und heute wollen wir das erste Hindernis mit Hilfe der Wundersamen überwinden. Wir brauchen ja 15, um das erste zu überwinden. Und dafür nehmen wir jetzt die Abkürzung, die wir hier beim letzten Mal freigeschaltet haben. Damit kommt man ja hier oben hin. So und für die kommende Sequenz. Bin ich aus dem Bild. Kaput. Ballast der Magmatiefen. Danke, einer glaubt an mich. Okay, ich sehe das erste Hindernis direkt. Und ich sehe, wie man an die Münze rankommt. Die ist ja mega einfach. Das ist wieder diese schon doofe Cobra, oder? Nee, da wäre Wasser drin gewesen. Und irgend so ein Flammengeist geistert über mir rum. Öh, dieser Knochen-Totten. Wenn ich die damit kaputt machen? Ja. Hab sie. Ansonsten, die Münzen hier ist sehr einfach. Warum wird mir hier so viel geschenkt? Okay, jetzt wird's lustig. Oh, ich bin wieder ein Slimaball. Ich denke mal nicht, dass ich die verdichten kann. Ich bin klebrig. Boinka, boinka. Um einen Slimaball nicht aufzuhalten, müsst ihr mehr auffahren. Das stimmt ja, ich dachte, die Pirouette hier in dem Modus ja gar nicht. Ich vergaß. Okay, ich will nach innen. Ups. So, und jetzt kommt Bossgegner. Ich bin schon mal aus dem Bild. Äh, was will ich denn haben? Ja, mh. Einfache Aufgabe. Ja, ich wollte den Pilz haben. Eindeutig. Ich habe jetzt keine Lust mehr, mit euch zu spielen. Das ist nämlich langweilig. Papas großes, böses Wunder ist viel aufregender. Warum ist es nicht so, dass ihr immer in die Quere kommt? Ja, du kleiner Fiesling. Du bist nicht sonderlich beeindruckend. Und das weißt ja auch. Die Wände hier am Augen. Spong. Oh, er hat Schattenklone. Ja gut, die sehen die aber nicht im Entferntesten ähnlich. Jetzt muss ich drauf achten. Ich weiß, welcher der Richtige ist. Besiegt. Haben nebenbei offenbar getauscht. Weil ich hatte eigentlich den richtigen, äh, verfolgt. Nee, das kann es doch nicht gewesen sein. Was? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Hier ist noch nicht finito. Und so befreiten Mario und Printen der Prinz die Magmatiefen. Alle Königswaben gehören nun ihnen und bald stellen sie sich der letzten Herausforderung ihres Abenteuers. Würde es ihnen gelingen, Bowsers fitze, Pläne zu vereiten? Können sie das Blumenkönigang und die ganze Welt retten? Hm, da hat er recht. Nee, 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 wir sind hier noch nicht fertig. Das Ding nehmen wir zwar jetzt, offenbar, aber ich gehe wieder zurück danach. Ja, dass wir zu dem Bluten in so zurückkehren. Das ist furchtbar, es gibt Acht, dass du nicht auf dem Weg zurück nirgendwo verbrennst. Ich bin ja gezwungen, das Ding zu nehmen. Ich bin ja gezwungen, das Ding zu nehmen. Nichts schafft! Oh, sie müssen zu Bowser! Was hat denn das? Irgendwas stimmt hier nicht. so spät meine vorbereitung für das süßige nein das gigantische wunder sind bereits abgeschlossen na seid ihr gespannt was da auf euch so kommt ich gebe euch einen kleinen vorgeschmack ihr könnt euch glücklich schätzen dass ich so großzügig bin immer nur den mut aufbringen zu meinem schloss zu kommen nee das schieben wir noch auf damit hatte ich nicht gerechnet mir gefällt nicht wie sicher bau sie sich seiner sache ist als wäre es schon zu spät und aufzeiten ich hätte es noch möglich auf zum schloss nie das schieben erst mal auf wir machen noch die magma tiefen fertig wir sind hier noch noch nicht mal ansatzweise fertig junge luft galerie wie kommen so einmal im pilz obwohl warte mal wir können was besseres holen benutzt mein erster pilz und dann wo ich mir hier das item raus dann habe ich wenigstens was besseres als ein pilz nach wie ein scroll level nach mit robo koopers easy Und da oben ist doch was, oder? Ich wollte das teilhaben. So, wir sind wieder hier. Ich hab die Münze. Ach, so rum ist sogar einfacher. Zehnmal einfacher. Ich hätt's mir gar nicht so schwer machen müssen. Die Dinger wirken so extrem, ne? Magmaslimus. Ja, das Ding hat ich ja lang. Oh, mich wird wieder geballert. Hallo, wo ist mein Secret? Wurf it. Komm, aim auf mich. Und habs. Okay, Zeit für den Bosskampf. Oh. Ich seh schon. Aua. Ich hab jetzt übrigens den automatischen Superpilz gerade dabei. Und kaputt. Weiter geht's. Eises Pflaster. Oh, die Dinger werden gebraten. Das sind so gesehen Popcorn-Gegner. Ich seh schon, wie das funktioniert. Ich seh schon, wie das funktioniert. Na komm, dann muss ich das hier halt zuerst. Ach, ich kann die Dinger auch generell ausmachen. Feuer frei. Der 1-Up war unnötig. Ach, mit den Wasserflaschen kann ich die durchgehend ausmachen. Da war kein Wasser drin. Den Elefanten hab ich gut genutzt. Gerne geschehen. Ja. Noch hab ich. Lass dich doch nicht verdursten. Die finde ich lustig. Hm. Dreh ich mal in die andere Richtung. 1,2, 1. 1,2,0. 4,0,11. 1,2,0,9. 2,0, Accessuébuet und Eliaschi. nicht alles erheblich einfacher dum 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 du Ich liebe diese Melodie. Da ist nix weiter, ne? Der soll Spaß haben. Ja, du kannst einem Leid tun. Ich glaube, da ist nix drin. Da war auch kein Wasser drin. Da ist nix drin. Da ist Wasser drin. Da kommt das Popcorn. Mit meinem Filmabend. Oh, was darf ich denn hier für den Spaß sagen? Die Vietnammusik. Ich hab noch einen Traum von dieser Melodie. Für euch ist das Paradies gerade, ne? Meine lieben Pflänzchen. Warte mich gerade, warum nehme ich eigentlich den Dreck mit? Also das Ding war jetzt sehr geschenkt. Das war sowas von erfrischend. Gern geschehen. Oh, da war noch mal ein Elefant drin. Oh, da war noch mal ein Elefant drin. Okay, die eine Seite habe ich komplett gelöscht. Da war die letzte Münze drin. Und geschafft. Yeah. Hm, nach der Links sehe ich doch noch was. Hm, nach der Links sehe ich doch noch was. Ich hab förmlich darauf gebrannt, den Panassi im Alleingang zurückzuholen. Aber dann ist es mir hinten zu heiß geworden. Er ist sogar ziemlich gefährlich da draußen. Ich weiß nicht, wie du das aussetzt. Da fällt mir ein, ich hab mir etwas Nüssiges gefunden. Du solltest es an dich nehmen, Prinz Florian. Ich zähle auf dich. Yeah. Ein Moment, Leute. Ich suche hier drinnen mal eben kurz das Secret Exit. Weil wenn ich da links schon was sehe, dann weiß ich, hier ist Secret Exit. Okay, Leute. Ich glaube, ich hab hier gerade den Weg zum Secret Exit gesehen. Und zwar hier links, hab ich diese Blöcke hier gesehen. Die schreien doch schon, Secret Exit. Ich guck mal so weit wie der Ding reiße, äh, Secret Exit. Hundertprozentig. Wo führst du mich hin? Einmal komplett zurück zum Anfang? Wusste ich's doch, dass hier Secret Exit ist. Okay. Okay, ich versteh schon. Secret Exit erreicht. Okay. Eine weitere Welt, abgeschlossen. Was ist da links? Eine Verschnaufpause. Eine Verschnaufpause kann man ja immer mitnehmen. Guck mal, ich krieg hier sogar eine Elefanten geschenkt. Ja, hier krieg ich das Wasser ja hinterher geworfen. Ich will noch in der anderen Richtung gucken, bevor ich hier rausgehe. Wir wollen uns das Lavia schon ganz angucken. Okay. Dann können wir hier jetzt noch unten. Wir haben den Wäldengang im Lavatunnel auf jeden Fall zunächst noch vor uns. Und die Magmariner. Und natürlich kann der jetzt hier die Abkürzung freischalten. Ich komme ja gerade von einem der anderen Observatorien und auf dem Weg habe ich es bemerkt. Die Abkürzung nach oben ist blockiert. Mir fehlt einfach die Kraft, um einen solchen Felsen zu zertrimmern. Ja, nimm mal eine 50. Hey, ich weiß, plötzlich voll Kraft. Kaum noch wohin. Mein Bizeps, er blüht. Ha! 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 Na gut, die Abkürzung ist damit am fein, ne? Nehmt das Fels und schon ist die Abkürzung wieder begehbar. So bringt ihn euch direkt zum Paläst. Na gut, ne? Ich würde aber sagen, den Rest hier unten heben wir uns fürs nächste Mal auf. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht ist der nächste Part auch schon der letzte Part, weil viel ist ja, glaube ich, nicht mehr übrig. Mal gucken. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Part. Ciao! Ciao!